Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Tatverdacht Autodiebstahl. Drück drauf. Verstanden. Autodiebstahl ist lange. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell. Alles klar. Gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaub, den behalte ich. Gut. Wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Hm. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge. Das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Die läuft so. Womit kann ich dienen? Neue Nummer im Schilder. Kein Problem. Es ist alles erledigt. Such dir eine Farbe aus. Das ist alles erledigt. Fertig. Das reinste Kunstwerk. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Komm, jederzeit wieder. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruschi vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Bist du etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauch keine Tanzschritte. Ich hab meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für 50 Dollar mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell. Ich brauch die Kohle dringend. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh, oh, bitte. Hey Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Hallo Kleines. Eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht. Aber bei dir mach ich eine Ausnahme. Ah, der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können. Verstehst du? Okay, und jetzt rechts abbiegen. Okay, wir sind fast da. Fahr hier nach rechts. Das ist Mike's Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Hey, wen haben wir denn da? Hey Mikey, wie geht's denn so? Scheiße Mike, wie wär's denn mal mit Händewaschen? Jetzt brauch ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem hab ich sie grad abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Bruschi. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife hab ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren. Nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehm nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, hab ich deine Visage nie gesehen. Verstanden? Klar. Gott, verdammt, Mike. Ich hab deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt hab? Krieg dich wieder ein, sonst topfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen nebener Barparken. Ich glaub, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da fall ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich geb dir 350 Mäuse, das ist doch das Risiko wert, oder? 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir, andiamo. Und dir schick ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaust also nicht, verstanden? Hier, Vito. Nimm das. Für alle fähig. Hey, klasse. Hey Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar. Lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Ziel auf die alte Kiste da drüben. Hey, du schießt gar nicht schlecht. Hey Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach ja, mir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Wir haben einen Job zu erledigen. Fahr los, so wie wir gekommen sind und dann auf dem Haupthighway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Verstanden. Los, fahr hier rechts rein. Aber wie ist es, wieder hier zu sein? Gut. Noch besser wär's, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzt. Geld allein macht auch nicht glücklich. Hey, kein so'n Scheiß. Ach, ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst mein Kohle. Sag mal, ist St. Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß. Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Klar ist das immer noch dieselbe Drecksgegenvito. Was denn nur ein paar Jahre weg? Das braucht viel länger.